Danke, Mr. Edmonds. Die Maschine startet in etwa einer Stunde. Guten Morgen, Mr. Vice President. Morgen. Dessler. Michelle, Jack hier. Daniels hat ein Bürohaus betreten. Adresse 1023 North Broughton. Ich brauche so schnell wie möglich die Baupläne des Gebäudes. 1023 North Broughton ist im Financial District. Was will Daniels dort? Keine Ahnung, aber ich muss ihn finden, bevor er sein Ziel erreicht hat. Abij. 1023 North Broughton ist im Tempest. San roommates. Jack, wir haben jetzt die Gebäudepläne. Ich lade sie gerade hoch. Okay, danke, Michelle. Nicht schießen! Nicht schießen! Was tun Sie hier? Was? 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 Das war's für heute. 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 Er ist da drüben! Rodriguez, bitte melden! Ich bin... 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 Los geht's! Ausschwärmen, Jungs! Hey! Wer sind Sie? Wer ist das? Wer sind Sie? 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 Blubbert, was geht da unten vor? Nehmt den Eindringling hoch! Kein Problem, Boss. Wir sind an ihm dran. Warte, wo ist denn hier? Was tun Sie 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 hier? Was tun Sie? Was tun Sie hier? Was tun Sie hier? Was tun Sie hier? Was? 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 Was?